Ich bin Taslima aus Bangladesch und bin Vorsitzende der Bangladesch Garment Worker Solidarity. Dies ist eine Arbeiterorganisation. Freiberuflich bin ich Fotografin und unterrichte Fotografie am Pachala South Asian Media Institute. Als ich selbst noch Schülerin war, fing ich mit dem Fotografieren an und wurde zu Aktivistin. Ich begann, mit Arbeitern zusammenzuarbeiten und nachdem ich mein Studium sowie meinen Master of Philosophy beendet hatte, habe ich mit der Fotografie begonnen. Drei Jahre besuchte ich eine Schule, um Fotografie zu lernen. Ich spezialisierte mich auf das Leben und die Kämpfe der Textilfabrikarbeiter. Seither dokumentiere ich ihr Leben und ihre Herausforderungen im Alltag und lege dabei den Fokus auf Aspekte wie den geringen Lohn, die mangelnde Sicherheit und den Umgang mit den Arbeitern sowie die Rechte der Arbeiter. Vor ca. drei oder vier Jahren beschäftigte ich mich besonders mit der Sicherheit der Arbeiter. Vor ca. drei oder vier Jahren beschäftigte ich mich besonders mit der Arbeiter.